Menschen in Deutschland, die kein oder nicht genug eigenes Einkommen und Vermögen haben, können Bürgergeld erhalten. Die Voraussetzungen hierfür stehen im Sozialgesetzbuch zweites Buch Bürgergeldgrundsicherung für Arbeitssuchende. Dies wird SGB II abgekürzt. Das Bürgergeld soll den Lebensunterhalt sicherstellen. Leistungen nach dem SGB II werden grundsätzlich auf Antrag gewährt und wirken auf den ersten des Monats der Antragstellung zurück. Mit dem Bürgergeld Antrag erhalten Sie ein Merkblatt und bestätigen, dass Sie es gelesen und verstanden haben. Sofern Sie Leistungen nach dem SGB II beantragen oder erhalten, sind Sie zur Mitwirkung verpflichtet. Das bedeutet, Sie sind verpflichtet, alle Angaben im Antrag und in den hierzu eingereichten Anlagen vollständig und korrekt zu machen. Zudem müssen Sie die Änderungen, die nach der Antragstellung eintreten oder auf Leistungen auswirken können, dem kommunalen Jobcenter unverzüglich mitteilen. Hier noch ein paar Hinweise zum Ausfüllen des Bürgergeldantrages. Orange hinterlegt, finden Sie Hinweise zu den jeweiligen Punkten. In den orangefarbenen Kästchen werden die Unterlagen angekreuzt, die zum Antrag mit eingereicht werden sollen. Der vollständig ausgefüllte Antrag kann zusammen mit den notwendigen Unterlagen über unseren digitalen Briefkasten eingereicht werden.